So, Kini und die Laura sind jetzt da und wir fahren jetzt los auf Pärtenstein. Die Becci, glaube ich, war am besten. Die weiß, wo es hingeht. Lustig ist, wir dann alle auf dem Adrien. Das ist ja eine Hexen im Gesicht. Habt ihr da Tipps? Im Gesicht? Im Gesicht? Ja, schau. Immer hier und auf dem Gesicht. Fragen wir die Abonnenten. Schreibt es in die Kommentare, wie man diesen Steck rauskriegt. Schreibt es halt. Ich finde das so cool bei einem Fernseher. So geil. Boah, da geht es jetzt rund, oder? Oh Gott. Oh, ich dann. Wer ist denn dann? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was ist dein erster Eindruck? Oh Gott. Oh Gott. Es ist bequem. Wo ist denn das Teil? Ach, da. Ja. Okay, das war ein falsches Ohr. Ich verstehe die Kori bis jetzt schon mal so gut. Kori wurde zwar mit mir nicht traurig gesagt. Ist das irgendwie... Merkt sie, dass es schlimm ist? Merkt man das? Wie ist dein Gefühl so? Wie ist dein Gefühl so? Fährst du trotz Galopp gut? Fährst du trotz Galopp gut? Okay. Ja. Oh Gott, das ist ein Gefühl. Ich verstehe. Das geht wieder gut. Deki, ich krieg Lois auf den Bucke. Ich glaub, das ist die Loische. Deki, bring den Chichouch. Chichouch an. Ja, die Kugel muss ja Anweisungen geben. Stimmt. Rettlärer. Ich hab ihm aufgeschmissen. Ich hab's gewöhnt. Das schafft er schon. Ja, genau. Heißen draußen kannst du auch. Genau, versuch ein Geschenk. Boah, der redet mich. Bist du bereit? Bist du bereit? Ja, ich hab's noch 7. Okay, dann mach ich mal schnell. Was ist beim Schuh? Oh mein Gott. Oh mein Gott, die hat's nicht gewusst. Machen wir jetzt mal auf die Becken. Na. Ja. Du musst einmal hupfen, dass ich leider aufmühe. Okay. Ich komm von rechts durch die Steins. Ich komm von rechts durch die Steins. Okay. Okay, bald. Du machst immer komische Geräusche und du springst genauso wie ich. Ich schrei immer so. Oh. Ach. 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 Stując. Ist das her样? Nein. Ach. Ach. Vielen Dank.